So, da sind wir und weiter geht es. Wir haben letztes Mal diese Dunkellichtkatakomben entdeckt. Und ja, hier sind sie auf der Map. Und ich dachte mir, da gehen wir jetzt mal rein. Und schauen wir mal, was hier abgeht. Oh toll. Was ist denn das Licht ist aus? Das war doch gerade an. Ja. 100 Brune Falle. 100 Brune Falle. Ja, danke. Okay, hier geht's weiter. Okay. 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 Kommen sie näher. Kommen sie näher. Was für einen komischen Move. Es ist immer so dunkel hier. Ja, danke. Sie sind so assi. Okay, weiter. Ah, da war noch einer in der Ecke. Auf einmal. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch ein Aufzug Zwei sogar, ja Oh, guck mal, ich bin tot Du machst diesen Stampferangriff und dann bist du direkt platt Oh, guck mal, ich bin tot 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 Oh, guck mal Oh, guck mal, ich bin tot 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 Der kommt wieder hoch Oh, guck mal, ich bin tot Oh, guck mal, ich bin tot Wieso trifft Oh, guck mal, ich bin tot 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 Okay, ich bin tot Oh, guck mal, 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 ich bin tot Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er ist doch nur am Ballern da Ah, jetzt ist das Ding runtergefahren Ah, jetzt können wir mit dem kämpfen Ja, aber wie willst du denn da durch? Einfach durch, ne? So, weiter Geht es hier noch runter? Wieder ein bisschen Licht hier, da geht es auch noch runter Und da geht es auch noch runter Wo war ja, und da hinten ist auch noch was Ja, jetzt geht es auch noch runter Ja, jetzt geht es auch noch runter Ja, jetzt geht es auch noch runter Und hier mache ich auch mal gucken Wo ist Moll, Wicht, Asche? Oof 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 Das ist zu hoch, oder? Äh Gerade noch gereicht Das ist ein Großschwert Neue Waffe Das geht noch weiter runter Oh, das wollte ich jetzt nicht Bostheim Ah, toll Bostheim mit nicht so viel zu heilen, ne? Ah Oh 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 Komm, geh mal gucken Juri, älteres Incusator Okay Alter Sonder ist direkt sowas Okay Das ging aber schnell Was sind wir denn jetzt hier da oben Oh, jetzt in diesem Bereich ja, ne Oh Was muss man bei dem Boss machen Wieso trifft er einen? Hier bei den Gräben und Sorge Ach, da Oh, der beschwört ihn jetzt Ja Ja, auf zu Ballzeit Was bist du denn für ein Vetter? Okay Okay, das sind zwei, ne Die macht's ja mit den ganzen Genau, mit den ganzen Zaubern Und den musst du ja auch noch machen Oh, das wird übel Ah, man kann sich hinter den Gräbern auch verstecken, ne Alter Was ist das denn? Das wird ja übel Ich muss jetzt was essen Alles klar, wir machen Pause Und bis gleich Danke Ciao, ciao 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 Vielen Dank.